ja guten morgen geht es wieder los ja letztens mal mein hänger geholt auch schon mal eine erste tour gemacht paletten geholt habe ich nicht gefilmt jetzt heute kommt die zweite charge sozusagen die wollte ich heute mal holen hänger habe ich auch schon da jetzt aus der wiese raus und dann geht's los trecker und hänger habe ich gestern schon geholt mit heute ein bisschen schneller geht habt ihr mal einfach die wiese gestellt und da holen wir jetzt mal raus so 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 schon eine etwas schwierigere Aktion, aber wieder was gelernt hätte ich vielleicht auch den Allrad da rein packen sollen, hätte ich vorher auch so nicht gedacht, aber naja so lernt man halt, jetzt fahren wir mal weiter und wir wollen wie gesagt noch ein paar Panetten holen und das Wetter ist ja auch prima, also von daher alles gut. Vielen Dank. 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 Bye. V Amin. Hey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020